hallo meine lieben freuen und herzlich willkommen zur neuen folge von transport für zwei in der letzten folge hat es leider ob abrupt aufgehört weil ob es sich ein bisschen aufgehangen hat schon mal leid so wir haben ja unsere ersten dings gemacht und das sieht nicht gut aus besser so wir gerne meine zweite linie von berliner hauptbahnhof das ist auch schon groß hier das in der nähe davon komme ich soweit die kriegen auch einen fänden fänden bahnhof wohl der würde ich gerne auch hier haben natürlich auch gar nicht der leipziger stuttgart wo es gar nicht sehen haben natürlich noch den tüsseldorfer fände ich nicht so gut also schon richten ordnung war nicht vor kurz haben also sagen wir so nur zwei gleise also eigentlich ja ich finde ich gar nicht schlecht ja london das londons bahnhof ok das rätchen heißt ok den würde ich aber echt nicht dahin machen sondern wenn dann hier so ich muss meine füße hochlegen es geht gar nicht hier so ja ich weiß so straßen auch mal anschließen hier so schöner bahnhof finde ich da das ja ein bisschen längere strecke ist so setzt sich dann die c rauf sie direkt verbindung sie haben wir sind tempo hat wo sich denn mit einfach raus ok dann geht das ja noch ich stehe jetzt eine brücke ja eine kleine auf eine brücke ist nix so an ich möchte jetzt gleich vorfeld machen weil hier ein gleis vorfeld ist ein bisschen würde ich sagen schon pflicht von hier kommen so denn das hat da noch nicht das hier noch ich würde das hier warte kann aber dann irgendwie da rein ich will aber dass er hier reingeht so wie er hier möchte ich dann noch ein separatem gleis so auch alles ich will jetzt hier rüber da kann man hier machen kann man hier nicht ich kann ja so jetzt haben wir weichingen weichen an reichen so und hier sind überall doppelkreuzung zeigen natürlich überall anstellen da und hier und hier das klappt doch ganz schön gut so und jetzt meinen mich was was viele bahnhöfe 1 2 3 4 geben wir den rest des kleines nämlich hier rein so dass wir im endeffekt im endeffekt noch vier gleise haben schön es ist schön geworden finde ich so 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 das hat funktioniert jetzt müssen wir nur hier ein bisschen wir packen mal eins hier hin wir machen jetzt aber meine linie von kxhaven aus nach da um so wo geht denn die hier ok das ist nicht das was ich will so 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 aus dem dieselzüge das ist alles dieseldinger ja ich kenne diese dinge ja dann machen wir doch die ct jetzt hat er bei mir wieder keine wege ja weil der bahnhof keine und kollidierte weg hier ja Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ach, okay, ich habe zur Oberleitung gedrückt. Ja, ich muss mal aufweisen. Mist. Wir machen erstmal die Gleise. Scheiße. Wir machen erstmal die Gleise. Wir machen erstmal die Gleise. Wir machen erstmal die Gleise. So, jetzt muss es eigentlich funktionieren. Guck mal, es funktioniert trotzdem so. Das ist sehr gut. Wir fahren auch natürlich trotzdem noch mehr. Okay, autosave. Weg zur Heilstelle kann ich davon verarschen. Tango. So. Schön. Schön. Schöner Zug. Ich liebe, wie hier itzy ist, ne? Das ist ja auch nicht lang. Natürlich. Er kann natürlich Stoff geben. Äh. Gucken, auf was er kommt. Ob er auf seine 200 kommt. Ich denke aber nicht. Nee, komm, wir sind schon da. Aber 100... Fast 190. 25. Wohl. Doch. Der hat noch ein Stückchen. Schön. 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 Schönes Bild. Jetzt muss er leider runterfahren. Jetzt muss er leider runterfahren. Aber echt ein schöner Zug. wirklich. Schön, wie er in den Bahnhof anfährt. Oh, cool. Schön. Schön, wie ihn er war. Ich muss nicht nachdenken. Ja, okay. Jetzt fahren sowieso ja nur zwei Züge. Eigentlich ist das echt gut, dass er hier steht. So, genau, wir haben jetzt 2003, äh, 50. So, ich habe mich gerade was gesehen. Die hätte Liegewagen gerade hier, die... Okay. Wir haben aber gerade ein Auto safe, ja. Gut, ich würde euch sagen, das war's mit dem Video. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Wir hatten gerade zum Glück ein Auto safe. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns bald. Vielen Dank.